Schreibt, äh, sind wir jetzt in deinen News, Benzo? Äh, Benzo macht bei denen First, aber die bauen noch nicht. Von euch hast du links wahrscheinlich, ja. Links. Bauen die raus? Äh, nein, rechts, rechts. Egal, egal, egal. Äh, bauen die raus? Äh, nein. Wir haben gesehen, dass ihr links, dann haben die, äh, rechts. Ja, wir müssen. Hab nicht so weit rausgebaut. Gut. Schön um. Oh. Einer muss rauf gehen. Ja, rauf. Warte, ich geh. Oha. Der letzte Hit. Oha. Oha. Wenn ich bin da, du kannst auch wenn du mal. Ja, aber Frank allerdings. Sie bauen Spencer. Ey, das Schwert, man. Warte. Ja, nein, du hast ihn aber. Ja, ich geh auf. Ich bringe noch eine Warte mit hoch, lol. Okay, warte, da ist die Warte. Okay, auf. Agge, Warte, steh. Äh, einfach. Stay. Benzo down. Ey, okay. Ey. Soll, da sind noch zwei Flügelküfte, die Warte ist aber down. Braucht du. Kannst versuchen, links von uns aus die Chests zu looten. Ohmix. Jo. Das ist halt Double-Double-Schicht. Wahrscheinlich Double-Schicht. Äh, das ist ein Safe-Chest. Ja. Benz super drunten. Übertrieb viel Safe. Ja. Ohmix. Fick ihn. Uaah. Mach mal Base-Step 4. Mach mal Base-Step 4. Ja, brauche ich ihn. Mach mal Base-Step 4. Nein. Äh, noch braucht's, noch kein Base-Step. Äh, ich mach keinen Base-Step, ne? Die ist jetzt unten immer noch Z30. Äh, ich kann die halt richtig scheiße abschließen. für 180. Äh, ich mach keinen Base-Step. Boah, wie saved die der Frotze gebaut haben, man. Ich denke, der hat Endertrum mit hoch, ne? Du willst Team, ja. Nee, Boah Base-Bow noch macht das. Ja. Und Donabelle steht da auch, einer. Wir bauen die komplette Base auf 101. Oh mein... Oh mein... Hinten, hinten. Hinten, streckt er sich. Okay, der baut nur für TNT-Shirts. 18, unten sind sie bei 8. Die können unten mit No-Shift und Rest-Faffe werfen, ne? Ja, halt 18 Blöcke noch. Und also theoretisch gesehen, mit 3... Ja, das machen wir gleich Base, please. Ich will holen. Wir haben noch keinen Platz. Wir haben noch keinen Boden, ne? Nein. 2 kommen, 2 kommen. 2 kommen. Pass auf. Fack mich bitte nicht ab. Schön, Benzo down. Oha, Lasse. Oha, letzter Hit. Lasse, baust du ab, des... Achtung, kommt einer, kommt einer. Achtung, kommt einer. Ach, kommt einer, kommt einer. Benzo, Benzo! Benzo. Das war ich! Die machen nicht so einen Anti-Knock-Schutz, aber hugen sie. Nein, ich schreibe, sieht ziemlich geübt aus. Ich wollte gerade sagen, Lassi, du musst nichts machen, du kannst hochgehen. Soll ich schreibe, sieht ziemlich geübt aus? Nein! Nein! Ich hätte da nicht geworfen. Kann der unten werfen? Nein, wenn noch lange. Wollen wir erst das Safe? Was? Ich hab's nicht gesehen, was war's? Unten sind die beiden. Warte, 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 ich wirf Glocke, sag mal die Höhe, okay? Warte, ja. Wie? Wie? Wo hat er drauf geworfen? Er hat überall hin geworfen, er hat seinen Preis gedreht und hat ihn geworfen, so. Ey, was machst du? Du sollst auf den Kanto machen und Lassi soll in die Base, äh, und müsst ihr in die Base reinmachen. Äh, wann muss Ballmutter? Ich hab schon guckt in die Base, aber das Gegenteil kommen, sind da. Was ist da bei dir, was ist da bei dir? Äh, 126. Was musst du machen? 42. Jörg ist 6, ich hab auch 7 und springen, ich weiß halt nix anderes. Wir können 6 Schaufel schon machen. Die können ja unten Ball drauf. Wir haben 6 Schaufel. Lass da, lass da offen, lass da offen. Jo, iss, iss. War nicht. Was? Wie hoch die war? Hä, wenn du auf 176 warst, springen. Ah, springen? Ja. Ich bitte Lassi nochmal, bitte. 110 war das erste Schicht, ne? Ja. Okay, stimmt. Du kommst in die News. 110, das musst du machen. Spring. Und die war auf, wenn du? Wie viel hat dein Bau noch? Achtung, Lassi, 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 Lassi. Äh, 6. Okay, ne. Oh? Ich mach die 13er rein, okay? Oha. Hast du oben ne E-Test? Ja, hatte ich. Ja. Okay, 13er hast drin, 13er hast drin. Springen oder laufen? Ja, springen auf 110. Also unten Fully cool, Lassi unten Fully cool. 13er hast drin, 13er hast drin. Hast du? Ja, ich hab. Benutzt aber auch den... Wir tun gleich noch ne 1er rein, nicht nur mit 13er, komplett Downspam, ne? Wie krass ist das, müsst ihr jetzt raus, oder? So begegnen uns bei Tray. Wir wollen die News von denen, aber die kamen zwar heute dann in 2 Wochen halt von denen. Wir wollen extra News machen, Bruder. Soll ich mal schreien, mach mal extra News über mich? Hehehe, Outflate! Er ist für sich, Bruder, ist nämlich da hoch, Alter. Wie schlecht er ist. Soll ich mal nach unten gehen? Ja. Am Anfang hat er mir gegeben, aber dann hab ich ihm gegeben. Haben wir schon? Oh, die andere. Ja, 7, 8. Sollte es gehen. Boah! Eine Seite, wenn's gut geht. Eine Seite nur. Ja. Aaaaah, für Maria. Achtung, da ist er, Achtung. Ah, da war ja was, da ist ein Gegner. Achtung! 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 nicht auf 10 ja arme kennt nicht stärker, no joke die sind unten bei 6 Achtung, Achtung, Wammus Achtung, Wammus guck mal, die Fotze hat nicht mehr meine Hose an Achtung, 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 Achtung Achtung, Achtung 13 Schafe schon jetzt hier, wenn wir es... Jo. Achte, achte, achte. Lass decken, lass decken. Hast du noch Essen? Ja ne, ich regenerier gleich auch nicht mehr. Ich hab auch 5 Pferden regenerieren nicht mehr müssen. Ach so, die sind zu zweit wieder. Wie auf... Soll ich das Bett einbauen? Okay, wir müssen jetzt eh rauf, wir können eh nicht mehr regenerieren. Soll ich das Bett einbauen oder nicht? Hältst du noch einmal mit 13 da irgendwie? Ah ne, das ist ein dritt. Wir sind zu dritt da, ne? Ja. Hast du das Bett? Nee, ich hab 6 Herzen, kann nicht rechnen. Wir haben andere 1, 2, 2, 2, 1. Geht auf den Base-Def. Naja, ob ich mich spielen will. Ja, höher kommst du nicht. Uff. Okay. So leid einfach. Aua, hat gesetzt und ich hab gesetzt die Laufmannschaft. Hab ich... Ey, kannst einfach noch sein Stehen, dann kann ich... Nee, es ist das Braum. Ja. Kannst du, Alter. Ja, nichts. Lasse will doch eh das D-P werfen. Ja, das ist so. Lasse will das Benz-P werfen. Lasse will das Benz-P werfen. Warte, ich spiele das nicht, okay. Lasse, mach halt das Braum-Trap. Mach halt das Braum-Trap. Okay, jetzt kann der Bomben. Okay, wir haben noch ein Schaf ist drin. Äh, Benz-P kommt unten, Full-EQ. Lasse will das noch. Du hast nur 8 noch. Der kann werfen. Er kann werfen. Ja, nehmen. Minus 9 unten. Nein. Achter, noch Schaf, noch Schaf. Achter, noch Schaf. Achter, noch Schaf. Achter, Swamming, Swamming, Swamming. Die Schaf sind, keine Ahnung, die beide runterlaufen. Das sind keine Getimed. Okay, okay. Swamming, Swamming direkt. Okay, eins ist das erste Schaf. Noch ein Schaf drin. Nein, das Schaf läuft weg. Komm, schön, sauber, sauber, sauber. Unten Benz-P, immer noch unten Benz-P. Ach, genau, so trinkend. Sind die anderen Getimed? Die beiden jetzt. Oha, nein. Oha, oha. Drei Schafen weg, drei Schafen weg. Drei Schafen weg. Drei Schafen weg, drei Schafen weg. Okay, selbe Cord, selbe Cord. Dummei, wir haben die Schafen. Die stacken sich auch Benz-P. Da. Schön, Benz-P ist down. Staffan, perfekt damals. Das läuft diese Schaf immer so. Nice, 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 nice. Nein, die bleiben. Egal, egal, jetzt kann... Nice, nice, das ist Schaf, das ist. Das ist Mönchhoff. Das ist Mönchhoff. Wie viel hast du noch aus dem Bett noch eine Schicht? Typico. Na, aber... Die beiden runtergelaufen. Nein, ich habe noch ein Schaf wieder reingelegt, wenn man es kann jetzt... Eines ist genau auf dem Bett, eines ist genau auf dem Bett. Eines? Oh. Nein, das Bett wird auf dem Langläufe reichen. Nein, 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 nein. Alter, nur noch Einstein und Eisenglocke dann. Noch ein Schaf ist drin, wenn man es... Ja. Jetzt machen wir dasselbe wie die, was bei uns... 2-Blocke rein, 2-Blocke rein. 2-Blocke rein, 2-Blocke rein. Das war, äh... Pausenschutz. Bett ist offen, Bett ist offen, Bett ist offen. Bett ist offen. Kill, chill. Ja. Wir machen noch einen Schaf. Ich muss noch EP werfen, bevor die sterben, Alter. Ohmix, geh hinten drauf. So, da bist du. Schaf ist genau im Bett. Ja, aber es läuft weg. Ich glaube, ihr seht mich nicht. Ohmix, geh spät, geh spät, geh spät. Nein, 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 nein. Ohmix, 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 ohmix. Ohmix. Geh auf, ohmix. Nein, ist nicht mehr free. Ohmix, geh jetzt raus. Hab einer. Dieser ist low, low, richtig low, richtig low. Hallo. Richtig low. Komm, schaffst du mit dem Bow noch irgendwie ein? Ohmix, geh auf. Ohmix, geh auf. Wird jetzt, eh, unmittelte Dach aufbauen. Die laufen jetzt unten, 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 unten. Sprich nicht runter. Loll. Sprich nicht runter. So, f***, das schaffst du alleine nicht, Klasse. Ich schwöre, ich schaff das, ich bin Ehre, Mann. Er hat gattet. Er hat gattet. Ich bin Ehre, Mann, ich bin Ehre, Mann, ich schaff das. Alle da? Jo. Einer noch, unten ist noch der andere. Er hätte Gap, also 13 hätte, sollte nicht so. Ich bin sorry. Obwohl doch einer gattet. Ich hab zwei, lol. Lol. Ich hab doch Ehre, Mann. 500 Points. Ich hab 456. Ich bin kurz weg, ich bin da. 531. Seit wann bekommt man Coins? Äh, seit der Update, also seitdem man auch reintragen kann. Gegen Rest habe ich keine gute Erfahrung mit EPX, Toplit, HDL. Womix, gehst du Q? Ja, ich wollte kurz warten. Ja. Ja, warum nicht? Die sind schlecht, lol. Jo. Gib mal FCW, ich will mal wissen, wieviel ELO TIGERDROPS haben. Ja. 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 ich. ich habe die 48-50-000-Le void. Ich bin zwei bis then.